Zum zweiten Mal in neun Monaten erhöht Chibo seine Kaffeepreise ab dem 21. Februar 2022. Vor allem die hochwertigen Arabica-Sorten sind davon betroffen. Wir haben lange gezögert, aber seit vergangenem Sommer sind die Rohkaffeepreise um 50% gestiegen, erklärt Arndt Littke, Unternehmenssprecher der Chibo GmbH. Je nach Sorte und Herkunftsland bewegen sich die Preiserhöhungen zwischen 50 Cent und 1,30 Euro. So sollen die Partner in den Ländern, wo der Kaffee angebaut wird, mit fairen Preisen unterstützt werden. Feine Milde zählt zu den beliebtesten Filterkaffees des Unternehmens. Ein Pfund kostet in Zukunft 6,99 Euro, also 1,30 Euro mehr als aktuell.